Leute, bevor das Video startet, ja, ich wollte nochmal sagen, um zu zeigen, wie es kommen, das liegt daran, weil ich mehr draußen bin, die Stars, mich mit Freunden treffen, ja, auf jeden Fall, viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, was geht heute zum neuen Video, heute, War Please Live, ja, ihr seht schon, wir sind wieder, Back in War Please Live, ja, das ist ein neues Update rausgekommen, ich hab keine Ahnung, was dazu gekommen ist, ja, ich nehm erstmal den Fernseher mit, ja, ich bin umgezogen, ja, auf jeden Fall hab ich ein Video dazu gesehen, was so neues gibt, wir können, was fahren wir, wir fahren, hm, womit fahren wir, halt einfach mal mit dem, ähm, ja, deswegen, wir wollten heute ein bisschen mal mit euch erkunden, ja, ich hab wirklich das letzte Mal War Please Live gespielt, als ich das auch aufgenommen hatte, und ich hab schon lange hier gespielt, auf dem Jahrmarkt soll wohl so einiges neu sein, ich guck hier mal so, ich seh jetzt nichts Neues, bei die Hüpfung hier schon, immer da, ich glaub, das ist neu, ne, Jo, kann man mit euch springen, oh, ich suche mal ein bisschen weiter raus, ne, oh, ey, man kommt ja fast hoch, die Achterbahn, und die ist auch richtig gut animiert, die Hüpfburg, bam, ich glaub, aber höher als so geht nicht, ne, ne, was, trotzdem voll cool, kann man sich hier oben einfach dranhängen, runterfallen lassen, hat sehr gut geklappt, hier ist doch, oh, ich weiß nicht, wie es heißt, wo ist der Hammer, ah, hier ist der Hammer, und, ah, bam, oh, perfekt, oh, oh, wie bist du denn, oh, wer ist er denn, geil, hier ist der noch ein Schwein, Schickröten, jo, es geht, okay, ah, hier gibt es noch so ein Schaf, ja, okay, denn, ähm, ja, was gibt's denn noch Neues, ich sehe hier nichts Neues, sonst noch, was ist das hier, was, oh, fireworks, egal, so, gab's die schon immer, ich glaub, das sind auch neue, ja, auf jeden Fall sind die neue, ja, gibt's noch mal irgendwas, ich glaub nicht, ja, dann lass uns mal hier den, Wagen stehen, oh, und denn, ja, sehen wir uns wieder, weil wir beim nächsten sind, Leute, ich hab grad einfach, währenddessen ich da hinfahre, einfach grad ein Backflip, über, äh, über den Fluss da geschafft, hier, hier mal ein kurzer Clip, so Leute, dieser Clip, ja, ja, ich hab, glaub ich, keine Reaktion gezeigt, ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall sind wir hier schon, hier gibt's endlich ne Update, ich, ich weiß nicht, welches mehr, aber ich glaub, die Rakete ist gestartet, ja, wollt ihr sehen, okay, drei, obwohl ich, ich muss sogar Augen zu, und ihr seht, sind als erstes, okay, ich hab Augen zu, glaub ich muss jetzt da sein, hä? 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 ich dachte, es ist auf, äh, was? ich dachte, das, äh, fährt jetzt los, äh, fliegt los, wir machen jetzt dann mal endlich, das hat die doch schon seit 19, und hat keine Ahnung, was da ist, ja, ist das Spiel neu? hä? was ist das mit dem? ah, ich, oh, ich glaub, ah, doch, das haben die Video auch gezeigt, ich glaub, man muss hier eigentlich mit der Basisfeuer fangen, ja? keine Ahnung, wie es gehen soll, aber ja, ich zählte jetzt einfach mit einer Bombe, das ist ja echt gut geklappt, was kann man denn noch Feuer fangen? ich will jetzt hier ein Weilbisschen anzünden, geht das? nö, warte, ich bin's kurz hier raus, Leute, ich bin dabei einfach gerade ertrunken, okay, aber ich spawne wieder hier, ey, ich weiß nicht, was man hier machen soll, Leute, könnt ihr mir jetzt mal für die nächste, äh, Folge mal reinschreiben, was man hier machen soll? versteh das nicht, ich hab schon hier alles kaputt gemacht, ja? alles kaputt, und ich weiß immer noch nicht, was man hier machen soll, man. ich bin hier schon mit einem Heli-Schrotter reingeflogen, ich hab hier schon alles gemacht, aber es geht einfach nicht. ja, was gibt sonst neue? sonst gibt's eigentlich nichts Neues, ne? ja, aber ich, ich will doch eigentlich auf 10 Minuten oder so kommen. oha, gibt's da hinten was Neues? ich würde mal sagen, wir fahren noch kurz dahin. ey, Leute, bei den Club gerade sage ich mal nichts, ne? äh, äh, ja, ich hoffe, ich hab den eingeblendet bekommen, wenn nicht, äh, geburt. was? was muss ich? ich dachte, hier gibt's neuen Job oder so. ey man, was machen wir denn sonst noch? ich geh nochmal kurz zu mir nach Hause. na, übrigens wohne ich jetzt hier, ja? hier oben wohne ich. das muss hier, das muss hier noch irgendwas Neues geben. hangout bekommen. nee. man, was ist denn das? äh, man kann jetzt schlafen. man kann jetzt schlafen. jetzt träum ich. hier kann auch nichts leben. ah ja. wie cool ist das denn? und wir haben Gewitter. äh, man kann jetzt einfach schlafen. okay, da, 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 das, ähm, das ist echt geil, dass man jetzt einfach zu schlafen kann. ach so. hier ist nochmal ein wunderschön eingeparktes Auto. achte. man kann auch das hier. wartet mal, nein. sag nicht, ich hab mich jetzt, okay. ich, ich hab mich doch nicht festgefahren. könnte ich das nicht eigentlich so nicht antreiben können? nee. ich weiß, irgendwie, irgendwie geht's doch bestimmt. ja, das geht. ah, nee, das ist jetzt auch nicht so cool, ja. was wollen wir denn sonst noch machen? ich kann hier nochmal rein, hier war ich glaube ich noch nie. doch hier war ich bestimmt schon mal, aber keine Ahnung, was ist. he. guck her. hallo, 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 hallo. egal, ähm, denn lass hier mal weiter. hallo, 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 hallo werden es gibt 4 so hier war man geschenkt nur weil das gleiche er würde sich hier mit ausüben ja ihr seht jetzt und auf Klo mit ganzer Geld und so ja, das war's mit dem Video hau's rein und tschüssi Korski